Im Juni und Juli öffnet in fünf verschiedenen Städten in Österreich und Deutschland für jeweils zwei bis drei Tagen ein Laden, wo man die neue Kollektion von Dangibi kaufen kann. Weitere Infos nach dem Intro. Dangibi hat in ihrem neuesten Video eine Kollektion angekündigt. Ein Artikel hat sie in ihrem Video bereits gezeigt. Ich glaube es ist ein Rucksack. Diese Kollektion möchte sie nicht nur online, sondern auch offline in Hamburg, Berlin, Köln, Wien und München in einem Laden für jeweils zwei bis drei Tage verkaufen. Erst nach dieser sogenannten Pop-Up Tour kann man die Kollektion auch online erwerben. Um in einen der Läden reinzukommen, muss man sich vorher online ein Ticket für 2,19 Euro kaufen. Bei dem Kauf muss man die Stadt, den Tag und die Stunde, in dem man in dem Shop einkaufen möchte, angeben. Dies sei aus Sicherheitsgründen notwendig, damit die Tour reibungslos und entspannt ablaufe. Man könne laut Dagi in Ruhe die Artikel anprobieren. An jedem Tag gibt es die gleiche Menge an Artikeln. Alle Besucher, die unter 14 sind, können einen Elternteil kostenlos mitnehmen. Zu dieser Pop-Up Tour gibt es auch eine Facebook- und Instagram-Seite. Mir ist bei der Ankündigung einiges aufgefallen. Für mich ist es äußerst ungewöhnlich, für einen Besuch in einem Laden Geld zu bezahlen. Dagi hat gesagt, dass die Artikel an einem Tag auch ausverkauft sein könnten. Macht es also Sinn, Tickets für morgens zu holen, damit man die komplette Auswahl noch dort hat? Ebenfalls ist das Gewinnspiel am Ende meiner Meinung nach etwas unnötig. Sie verlost 10 Tickets. Es ist erstens sehr unwahrscheinlich, dass man gewinnt. Und zweitens ist der Gewinn mit einem Wert von 2,19 Euro doch relativ mickrig. Wie findet ihr Dagi Bees Ankündigung? Auf der Buchungsseite steht, mit dieser Tour säßt der Dagi Shop neue Maßstäbe und eine komplett neue Möglichkeit, ganz nah an ihre Fans zu sein. Was meint ihr? Macht sie das wegen Fanliebe oder eigentlich nur wegen dem Geld? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare.